Könnt ihr mich sehen? Okay, schreibt mal bitte alle unten rein, ob ihr mich sehen könnt und ob ihr mich hören könnt. Okay, super. Gut, dann würde ich sagen, wir beginnen mit der heutigen Lektion. Erstmal, wie findet ihr die Kommunikation durch BigBlueButton? Hattet ihr Schwierigkeiten damit oder hat alles einwandfrei geklappt? Okay, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren BigBlue unterschreiben oder einfach Frage und die Frage stellen. Okay, super. Okay. Gut. Also hat alles soweit gut geklappt? Okay. Gut. Ich würde vorab erstmal auch noch ein paar organisatorische Dinge klären. Und zwar geht es um die Hausarbeiten und um die Prüfungen. Ich würde gerne von euch wissen, wer sich schon dafür alles angemeldet hat. Okay, Moment. Ihr könnt es einfach in den Chat schreiben oder einfach sprechen. Das ist auch gar kein Problem. Wir haben hier sogar lieber. Okay. Ich sehe, es gibt noch Leute, die haben sich noch gar nicht angemeldet für die Prüfungen. Denn ich würde euch das wirklich ans Herz legen, dass ihr das so früh wie möglich macht. Denn, ja, kurz davor ist immer knapp und es kommt sehr oft zu Schwierigkeiten und Problemen. Und oft kann man sich nach der Prüfungsfrist nicht mehr anmelden. Deswegen lege ich euch ans Herz. Meldet euch früh genug an. Okay. Gut. Also ich sehe, es haben sich zehn Leute angemeldet für die Hausarbeiten. Okay. Gut. Die mündlichen Prüfungen sind am 22. Juli. Ich stelle euch nochmal ein, so ein Tool, wo ihr die genaue Uhrzeit nochmal für euch auswählen könnt und diese buchen. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, wir beginnen mit der heutigen Lektion. Okay. Vamos a empezar con la Lektion. Con la nueva Lektion. Y mi primera pregunta es, habéis leído las páginas? Pienso que sí, ¿no? Bueno, muy bueno. Vale. En la Lektion de hoy, vamos a aprender unas nuevas formas como el subcontivo y también vamos a leer algunas frases en la en el libro Interlocución a la Linguística Sincrónica. ¿Tenéis el libro? Bueno, supongo que sí, ¿no? Okay. Muy bien. La página de hoy fue la página donde está indicativos indicativos sí la página un momento pues la página cien sesenta y siete ¿vale? bueno ok necesito alguien que me puede explicar de dónde de qué se trata esta página y qué es el subcontivo y cuáles son las formas del subcontivo ¿alguien? o nadie ¿no pasa nada? sí, no es verdad ok la primera forma del subcontivo es la forma regular y esta forma es una forma muy típica y cuando hablamos de del presente de indicativo y la palabra tiene a-r o e-r en la última posición tenéis que cambiar la a-r con e-ir o i-ir e-r e-r con a-r no es tan difícil pero cuando hablamos de hablar la forma de subcontivo es no hablo hablas habla hablamos hablas habláis hablan hable hablas hable hablemos hablas hablen si habéis entendido o no y si hay preguntas no pasa nada es normal yo voy a explicarlo una vez más si ok la última forma del subcontivo se llama la forma la forma donde está la forma de pretérito imperfecto de subcontivo que es la hablará o abrace comiera o comiese o viviera o viviese por ejemplo si tienes el verbo hablar tienes que decir hablará hablarás hablará hablaramos hablaráis o hablarán y también puedes decir hablase hablases hablase 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 ich weiß es es un bisschen wöberend pero ich kann versuchen euch das gerne nochmal auf deutsch zu erklären falls ihr das nicht genau verstanden habt ok also falls Verständnis Fragen auftreten kann ich auch gerne auf auf Deutsch beantworten. Okay. Da wäre eine Frage sehe ich gerade. Okay. Also bei der Bildung des Präterito Imperfecto des Subrontivo kann man einer einfachen und ausnahmslos gültigen Regeln folgen. Man nimmt das zu konjugiert Verb in der dritten Person Plural, also EOS, des Indevinido, regelmäßig oder unregelmäßig, das ist egal, und ersetzt die Endung RON durch folgende Endungen. Dritte Person Plural, EOS, es, hablaron, hablaron, si. Y después tenéis que cambiar el RON con RAS, 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 RAMOS, RAIS, RAM. Bueno. Y para los deberes me gustaría si hagáis los ejercicios en la página 174. ¿Si? ¿Me has entendido? Okay. Muy bien. Okay. ¿Hay preguntas más? Oh no. Oh no. Genau. Also zu den mündlichen Prüfungen. Das wird ja alles auch noch über BigBlueButton stattfinden. Das heißt, ihr müsstet, ähm, ihr müsstet dann, bevor die Prüfung beginnt, einmal kurz euren Schreibtisch zeigen, euer Zimmer, euren Personalausweis in die Kamera halten und, ähm, ja, uns einfach versichern, dass ihr das seid und dass ihr keine Specker irgendwo rumliegen habt. Denn das würde euch disqualifizieren. Nicht qualifizieren, disqualifizieren. Genau. Okay. So. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Thema von heute, mit Linguistik. Ähm, gab's da irgendwelche Schwierigkeiten? Ähm, Textverständnisfragen? Begriffe, die ihr nicht kanntet? Oder alles gut gelaufen? Hm. Ja, ich weiß, der Text ist nicht ganz einfach, aber... da müssen wir jetzt einfach durch. Wir haben leider keine Wahl. Ähm, ich suche mir die Texte nicht aus. Die werden vorgeben. Also, wir hatten uns ja letzte Woche mit der Morphologie beschäftigt. Algen me puede leer este Texto? Nadie? Qué pena. Qué pena. Und dann werde ich euch das mal vorlesen. Also. En la Formación de nuevos vocábulos, existen dos meganismos. Fundamentales. El uno llamado composición y el otro derivación. Aunque ambos concurren en todas las lenguas, se puede hablar de una preferencia por la composición entre las lenguas gramáticas y por la derivación en las lenguas románicas. La composición describe la unión de esos o más lexemas. Por ejemplo, si tienes dos palabras como boca y calle. Las dos palabras son composiciones porque boca y calle es boca calle. E. Ich glaube, ich erkläre euch das lieber auf Deutsch. Wenn man die zwei Nomen zusammen packt, dann entsteht aus dem einen Wort nicht ein anderes, sondern es ist eine Komposition. Es werden zwei Wörter zusammen gepackt. Genau. Und dann haben wir noch Previación. Ich lese euch das auch mal vor. Ichot an das L감ermas geben. Los prefix Mix no cambian la clase de la palabra a la cual afectan. Por ejemplo, anti-fas. A. 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 Also, die Präifikation bzw. der Präfix oder Präfix wird vor dem Wort, vor dem eigentlichen Wort vorgestellt und dadurch wird ein neues Wort erschaffen. Das gleiche haben wir auch mit der Suffikation. El Klammer se ubica después del Eczema. Afecta a nombres, verbos y adjetivos. El resultado puede producir un cambio en la casa de la palabra. Also, wir haben jetzt hier genau das Gegenteil. Und zwar wird ein kleines Wort, ein Morphem, hinter dem eigentlichen Wort drangehängt. Also, es kann zum Beispiel aus einem Verb ein Adjektiv werden. Genau. Ich glaube, ihr habt das ganz gut verstanden, soweit. Falls noch Fragen auftreten sollten, ihr habt meine E-Mail-Adresse, ihr könnt mir jederzeit schreiben. Und ich werde versuchen, alle eure Fragen vor der Arbeit natürlich noch zu beantworten, damit ihr auch keine Verständnisfragen mehr habt und ihr richtig lernen könnt. Und ihr müsstet, ich glaube, ihr müsstet zu dieser Woche noch was lesen, kann das sein? Ich glaube, das waren die Seiten. Genau, das war die Seite 60 bis Seite 70 von diesem Buch. Und die Ausaufgabe dazu war, dass ihr einmal erklärt, ob der Muslimian sich schuldig fühlt für den Tod von Paco oder ob er das Ganze eher so einsieht, als würde es nicht in seiner Macht stehen, dass er, ja, dass der Paco halt gestorben ist. Gibt es dazu jemanden, der sich äußern möchte? Okay. Ja, genau, das ist richtig. Okay, hast du eine Textstelle, damit wir alle dir folgen können? Ich gucke mal kurz. 90 Okay, ich lese mal kurz für alle laut vor. Okay, also hier sagen wir, dass der Paco höchstens ähm, verurteilt wird, wenn er ins Gefängnis kommt. Aber, äh, nada más, oder? Nichts mehr. Okay. Also fühlt er sich nicht schuldig, sagst du dann? Okay. Gibt es noch weitere Meinungen dazu? Ich würde mich gerne interessieren. Ja. Gut, wenn keiner sonst noch irgendwas dazu sagen möchte, dann würde ich sagen, wir, ähm, beenden die Stunde für heute. Es hat mich gefreut, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und dass mit der Technik auch alles einigermaßen gut geklappt hat. Und ansonsten wünsche ich euch, ähm, ja, einen schönen Restsonntag und wir sehen uns bald. Okay. Ciao, ciao. Okay, wo macht man das jetzt hier aus?